Herzlich willkommen bei 99 Dezibel, mein Lieber. Heute mal wieder ein ganz, ganz anderes Video. Kein Let's Play, kein Tutorial, kein Livestream. Aber wir suchen Verstärkung im Bereich Daisy Standalone und natürlich auch Arma. Das heißt im Bereich Survival Games und natürlich auch im Bereich militärische Simulation. Nicht nur an Spielern suchen wir Verstärkung für unsere Server. Sondern wir suchen natürlich auch die Leute, die gerne mal über den Tellerrand schauen und sich einbringen wollen. Das heißt Server-Administration, Moderatoren im Bereich Discord, Ticketsystem und Daisy Forum. Das heißt Discord-Adminteam. Das möchten wir erweitern, sodass die Community, die jetzt fast 1000 Mitglieder beinhaltet, natürlich auch rundum versorgt ist. Die fast 2000 Abonnenten auf YouTube, die laufen ja, sage ich mal, ohne großartige Hilfestellung mit. Die Kommentare bekomme ich auf dem YouTube-Kanal noch so einigermaßen beantwortet. Das meiste findet ja sozusagen auf dem Discord statt. Aber es geht jetzt auch nicht speziell um, wir brauchen Hilfe in der Verwaltung, in der Organisation, in dem Betreiben der Server. Sondern wir sprechen jetzt auch gezielt die Leute an, die eine spezielle Fähigkeit haben. Ob das im Bereich Modding ist, Scripting, Entwicklung, Tüftler, Ersteller oder auch Designer. Egal aus welchem Bereich. Ob Grafik-Web oder auch Editor-Design. Die, die die Custom-Bereiche erstellen für die Karten auf Daisy. Wir sprechen einfach alle an. Schau einfach mal vorbei auf dem Discord. Schreib es auch hier gerne unter die Kommentare. Und wir setzen uns dann einfach mal in Verbindung und gucken gemeinsam, wie man sozusagen gemeinschaftlich wachsen kann. Kleines Beispiel. Der eine, der einen kleinen Server betreibt und vielleicht ein paar tolle Custom-Bereiche erstellt hat. Wir finden gemeinsam zusammen und wir besuchen deinen Server, machen dafür Werbung. So, dass es eine Win-Win-Situation für beide Parteien immer wird. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das machen wir auch ehrlich und transparent. Das heißt für uns, nur dass du schon mal weißt, in welche Richtung wir gehen wollen. Warum wir Verstärkung suchen. Wir haben große Projekte vor. Mit gemeinsamen, tollen Online-Kursen. Mit einem ausgeklügelten Online-Marketing-System. Und wir wollen einfach wachsen. Hier geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, wir wollen Online-Kurse aufsetzen, die so und so viel kosten. Es geht einfach darum, was kann man gemeinsam auf die Beine stellen mit deinem Wissen, mit meinem Wissen, mit deiner Erfahrung, mit meiner Erfahrung. Was kann da gemeinsam daraus entstehen und wie kann das Ganze weiter wachsen. Wenn ich dein Interesse jetzt geweckt habe, schreib es in die Kommentare oder schaue einfach auf dem Discord vorbei. Add mich in einer Freundschaftsanfrage und wir werden uns dann gemeinsam in Verbindung setzen. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und natürlich wie immer bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich.